hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft stoneblock 3 ich hab es ihr schon gesehen ich habe hier ein bisschen umgebaut die stehen jetzt alle da hinten alle auf höchstem level abgedatet hier kommt holz dann kohle stahl netter quarts was ist das status quarts hier haben wir dreck der dirt und hier ist drin hier drin lüks crystals so hier staut sich schon das nicht gut also bräuchte ich vielleicht white upgrade white upgrade gibt es sowas für die kisten white upgrade hier das müsste das sein in der perle upgrade base ja leder dafür ist dass das überhaupt das ist ja für backpacks nicht auch da das ding brauche ich white upgrade verflixt obsidian wie komme ich denn an obsidian was ist da obsidian ok wasser und eis schon klar obsidian essenz wäre vielleicht eine idee ob es ideal ist denn für daisy ja ist klar Ja, hm, okay. Bobblestone. Wie heißt das Ding? So die Fiction-Thema. Luit on top, ja, das kann ich machen, ist klar. Don't work generation, was ist das? Don't work factory. Brauche ich die denn? Boah, da könnte ich ja mal... Ah, ich habe keinen pink slime. Moment mal, moment mal, moment mal, moment mal. So, okay. Das waren die Dinger. Dann schaue ich doch mal, da war doch... Da oben, irgendwo, war doch da eine Kuh. Hier noch Kohle drin. Nee, die Kohle ist alle. Okay. Blind, nee, keine Kohle. Diamanten, okay. Gold werde ich mal schmelzen. Eisen werde ich schmelzen. Zu viel Kupfer, ey. Kein Mensch gebrauchen. Was ist das denn? Alles. Und mal. Opala. Gold, Eisen. Eisen. Aber keine Kohle drin. Eisen. Was mache ich denn mit dem vielen Redstone? Ich glaube, das könnte man mal... Hier mit dem Mülleimer verbinden. Das macht sonst, glaube ich, keinen Sinn. So, ne? Also... Aber kein Obsidian, so wie ich das sehe. Eisen. Upfer. Nee. Hier ist Kohle. Kohle drin? Ist Kohle drin, ja. Noch mehr Kohle. Ganz viel Flint. Ja, ich brauche ein ME-System. Bringt sonst nichts. Ich hole mal die Kohle hier mit drin. Geht dann da hinein. Und dann wird weiter gemeint. Aber dafür bin ich gar nicht da. Ich wollte nämlich... Hier hoch. Zu den Kühen. Wo sind sie? Blazing. Uranium. Latex. Kein Pink Slime-Kuh? Ähm... Warte mal, ich... Kann ich euch hier irgendwo einsperren? Wart ihr eigentlich eingesperrt, ne? Latex. Wasser. Und... Uranium. Okay. Was ist, wenn ich die züchte? Kommt dann vielleicht eine Slime-Kuh raus? Das wäre ganz gut. Das werde ich jetzt mal testen. Wir holen uns ein bisschen... Droh, oder was weiß ich. Also, Pink Slime brauchen wir, ne? Das hier ist nicht gut. Es gibt nur Lecks. Also. Das Zeugs, ne? Sind das vier Kühe? Also bräuchte ich acht. Glaub ich zehn. Reicht. Da kommen ja immer random neue Kühe raus. Random. Also. Willkürlich. Zufällig. Das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Zufällig. Ja, das sei jetzt ja. Ja, gut. Jetzt ist die auf der Seite. Oh, das muss ja so nicht sein. Ich sperre die hier unten an. Nein. Ja. Raus. Soweit so gut. Vielleicht noch mal ein bisschen Licht machen. Ja, diese Ebene sollte es sein. Und da Licht. Da Licht. Da muss ich nur noch gucken, wie ich rauskomme. Die aber nicht. Da habe ich nicht den Hammer dabei. Da ist er doch. Soll ich es mal mit dem. Geht doch schon viel, viel besser. So. So. Ja, das ist ja eigentlich egal. So. Vier Kühe sind es, ne? Vier. Genau. Äh. So. Wie kriege ich jetzt eigentlich hier, äh, Wiese hin? Hätte gerne hier Wiese. F7 drücken. Muss noch ein Ding hin. Da. So. Ach nee, jetzt kommen sie hier raus. Das ist nicht gut. War nicht gut. Ich hab's gewusst. Ach, winde hier. Nein. 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 Geh da renn. Geh da renn. Zauen die alle ab? Ist ja nicht wahr. Nein. 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 So, mach ich das mal. So. Ja. Mann. War noch mal hier dicht. So. Kann die Kuh, kann ja hier hoch. Und ich lock die einfach an. Kein Problem. Na, kommen sie mit. Sehr schön. Jetzt geh da renn. Einfach hier runter. So. So. Geh da renn. So. Los, brav. Okay. Ja. Ist nicht unbedingt schön. Aber, das soll's auch gar nicht sein. So, jetzt. Irgendwo noch dunkel. Nee. Gut, ja. So. Das muss ich aber verhindern, dass die hier raushüpfen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich eine Tür hier irgendwo. Ah, Mann, muss ich wieder zurück. Ich mach das mal eben. Okay. So. Dann fangen wir mal an. Erst dich. Und dich. Kann ich nicht breen? Wieso nicht? Äh? Die das nicht? Wie macht man sowas? Wie kann ich die denn? Kartoffeln? Hm. Kau. Kau. Was ist das? Kau Bait. Nee. Mesh U Coal. Kau Essence. Kau in a Jar. Ja. Gut. Was? Aha. Aus Bornegg. Also. Ich kann die nicht reproduzieren. Finde ich nicht gut. Gar nicht gut. Soviel zu dem Thema. Da muss ich mich wohl wahrscheinlich nochmal ein bisschen schlauer machen. Weil, ähm, hätte ich schon gerne gehabt. Sind hier keine Diamanten mehr gekommen? Doch, zehn. Bisschen Gold. Wieso? Keine Diamanten. Nee. Dragoniumdust. Was mach ich denn mit Dragoniumdust? Gibt da noch mehr von? Nö. Nur die 60. Ja, das ist bitter. Wie viel Eisen er hat sich gemacht. Mann. So. Dann schmeiß ich auch mal zuerst das Eisen drin. Eisen, 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 Eisen und Eisen. Und dann das Gold. So. Kann der ja zwischendurch ruhig machen. Da sind keine Diamanten. Was? Was? Was eigentlich? Clay. Ich hab noch Clay über. So. Äh, ja, Diamanten. Ähm... Wo mach ich die denn hin? Zardos Quartz. Ah. Da kann ich hier mit rein tun. 43. Ja, okay. Ich wollte mir noch ein Tool bauen. Und zwar diesen Atomic... Atomic Disassembler. Atomic Disassembler. Ah, der hier. Okay. Refined Obsidian Ingot. Also brauche ich... Äh... Eine Refinery, oder? Zentrifuge. Rosmium Kompressor. Ähm... Ich kann ja jetzt nicht für alles hier so... Äh... Ach, das geht nur in der Garden Clodge. Ne, das geht auch hier, ne? Refined Obsidian. Da, da, da. Strom. Dust. Ähm... Nö, 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 nö. Okay. Für Refined Obsidian brauche ich ja erst mal Obsidian, ne? Atomic Alloy Metallurgic Infuser. Den habe ich. Ist der billiger? Günstiger? Äh, irgendwie nicht. Energy Tablet, das kriege ich doch hin. Das war hier Redstone und Eisen. Okay. Ähm, ja. Vier Stück. Redstone und Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und Redstone. Da haben wir ja ein bisschen was, ne? Vier Stück brauche ich. Okay. Äh, Eisen, Eisen. Okay. Der ist auch noch ein bisschen langsam. Eins. Hat zwanz... Ne, hat zehn verbraucht. Ja, gut. Zwei. Drei, vier. Key. Das mit den Kühen, das nervt mich jetzt. Wieso kann ich die nicht breeden? So. Vier Stück. Ähm, warte. Dann brauche ich. Ja, das sind Refined Dingens Bombs. Wie mache ich das in der Refinery? Nehme ich da mal stark an. Oder? Refined Obsidian Nuggets. Obsidian. Ja. Casting Table. Ja, da muss ich aber... Mold und Osmium. Mit Refined Obsidian Dust. Ich will ja... Wie komme ich an den? Metallurgic Infuser. Ah. Diamant Dust und... Obsidian. Das Diamant und Obsidian. Diamant und Obsidian. Obsidian ist klar. Was ist, wenn ich... Guck mal, hier ist doch Lava drin. Dann kann ich hier nicht eine automatische... Was ist, wenn ich... Wenn ich den hier... Oh, den hier mal. Dann setze den hier mal daneben. Also die Sink. Oder daneben. Dann bräuchte ich noch... Universal. Logical. Nein. Das war... Das andere Zeug. Tja, wo sind sie hin? Doch warte, da ist noch eine. Eine Canicle Pipe. Das war die, ne? Da könnte ich doch... Da Wasser reinkippen. Leicht. Vielleicht. So, wo ist mein Teil? Also es ist... Oh, geht da Wasser drin? Jetzt ist da Wasser drin. Das war aber nicht Sinn der Sache. Okay. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm da ist ja jetzt lava drin das funktioniert so glaube ich nicht hier wasser darüber kippen wie mache ich das irgendwie gehen abbauen mach mal auf der anderen seite brauche ich noch ein dazwischen noch mal weg da war drin und ich da jetzt hier dann dazwischen gar nichts hier sollte das nicht aber werden obsidian werden ach da nicht warum nicht dann die altbewährte methode vielleicht nicht unbedingt hier so ich suche mal wo ich das am besten mache ähm ja lava und was hat drüber kriege ich obsidian ok was ist aber ich habe doch hier obsidian drin ist doch obsidian hier ist doch lava drin richtig ich sollte ich das mal hier probieren und ja kies vor allem vor allem kies da einer hin da einer hin und dann den da will er weg und unfassbar guckt euch das an das funktioniert ja perfekt ok und der muss jetzt in krascherin oder so habe ich aber nicht gut dann beende ich immer die folge meiner super duper maschine die funktioniert da funktioniert es nicht warum auch immer ok gut ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen wieder gehabt euch gut und tschüss